Der Skin der Captain von Captain Price aus Call of Duty Modern Warfare in Ghost Recon Breakpoint in unter 60 Sekunden. Los geht's! Hände Fingerlose Handschuhe in Khaki Hosen Combat Hose Cry G3 in Multicam Arid Schuhe Navy Stiefel ohne besondere Farbe Headset Ohrstecker Rucksack Tactical Tailor Hydration Pack in Khaki Oberteile Hemd mit hochgekrempelten Ärmeln in Olive Trap Masken Schemach in Khaki Aufnäher Flagge des Vereinigten Königreichs Abonniere meinen Kanal, wenn dir das Video gefallen hat, denn ich lade jeden Montag einen solchen Outfit Guide hoch. Bis zum nächsten Mal mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.